Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Part von Let's Play! Wie war es nochmal? Black and White! Genau! Ja, wir sind hier in der Region, was weiß ich nicht was, und versuchen, hier diesen Fluch, der auf diesem Dorf hier lastet, aufzuheben. Wenn meine Kreatur nicht komplett verblödet wäre und vielleicht was machen würde, irgendwas, wäre gut, weil die steht da wie eine Statue, angewurzelt, stehen. Hallo? 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 Okay, ich glaube, ich habe sein Hirn verbrannt, so wie das aussieht. Ein kleines bisschen verbrannt. Hier, iss was. Vielleicht taut das dein Hirn wieder auf. Hey, was zu essen? Brauche ich nicht. Komm, meine Kreatur, ich brauche dich! Hier! Och Mann! Was ist denn los? Wir verlieren Gläubige! Ja, ja, wir verlieren Gläubige, bla bla. Komm, gib mir die Leine. Mach sie hier ran. Ey, du lebst wieder! Ey, und jetzt bleibt die Statue auch oben, genauso wie ich es wollte. Und jetzt? Jetzt könnte das jetzt auch funktionieren. Ganz nah um. Na! Du bist... Ich hasse dich! Wieso kippst du? Ach so! Du bist noch da! Du bist noch da! Puh! Sehr gut! Dann nimm! Ach Mann! Was zur Hölle ist hier los? Ist jetzt noch da, oder? Da! Und jetzt? So! Immer noch nicht? So, hoch! Und das auch! Anscheinend nicht! Was? Wieso? Ja, bedien dich selber! Komm! Kreatur! Halte es auf! Mit deiner Gedankenkraft! Hier! 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 Hier, guck dir es an! Ach, du bist doch... Das nächste Mal muss ich dich wieder ordentlich züchtigen, ey! Das kann doch nicht wahr sein! Meine Fresse! Wieso? Wieso gehorchst du mir nicht? Jetzt muss ich warten, bis du wieder aufstehst! Hier! Du bist wieder da! Hier! Toll, ne? Jetzt bleib... Sorg dafür, dass es oben bleibt, Kreatur! Hier! Ist das nicht toll? Nein! Nein! Du schläfst nie da! Du, 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 du hast du irgendwie in letzter Zeit so Komplexe? Von wegen, ich bin so dumm für dieses, äh, für dieses Universum? Du bist meine Kreatur! Du sollst doch dafür sorgen, dass du mir hilfst oder so! In der Art! Komm! Mach es hoch! Neuun! So! Eben, wenigstens habe ich jetzt hier den Radius! Und jetzt bringe ich es hoch! Feine Kreatur! Feine Kreatur! Feine Kreatur! Endlich! Wir stehen tief in deiner Schuld! Wir wissen, wo sich die Seele befindet, wie sie es ist. Die Seele ruht im Körper des Wesens, das du einst als Gemein hat. Ich meine, war das ein Krampf. Daran konnte ich mich übrigens jetzt noch erinnern, dass das, dass ich das, die Kreaturen die Statue anbinden sollte. Aber was dann geschieht, das wusste ich nicht mehr. Aber bis das funktioniert hat, hat ja auch lang genug gedauert. Ich habe schon richtig dran gezweifelt, ob das der Weg war. Hier ist die gesuchte Seele, das flackernde Herz Nr. 2. Und weil meine Kreatur das ja anscheinend nehmen muss, hier, meine Kreatur... Erstmal fütter ich dich wieder, damit du wieder ein bisschen Fleisch und ein bisschen auf den Rippen hast und ein paar Gehirnzellen vielleicht entwickelst. Das wäre super schön. Die scheinen ja wegen der großen Hungersnot in letzter Zeit immer alle abgestorben zu sein. Das kann ja nicht wahr sein. Hey, dumm wie Toastbrot. Und das soll meine Kreatur sein. Dumm wie Toastbrot, ey. Ist ja fast schon ein Lob, ey. Bei dieser... Ach. Hier, nimm und isses. Ja, du bist neugierig, isses einfach. Ja, los. Gut. Ja, du bist hungrig. Ja, vom Essen kommt der Appetit, ne? Ist das nicht überhaupt ein bisschen ungeformt? War es nicht früher ein bisschen anders? Wenn der Glaube weiter sinkt, können wir einfach... Ihr mit eurem sinkenden Glauben, ey. Was sinkt hier bitteschön an Glaube, ey? Kein Nix sinkt da. Ein paar Bäume rumwerfen und schon ist man wieder drin. So ist meine Kreatur. Go, 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 go. Du bist immer noch winzig übrigens. Aber ist mir egal. Wahrscheinlich muss man ganz viel Zeit investieren, damit die wächst. Oder sie besser behandeln. Oder sie besser füttern. Oder sie besser schlafen lassen. Aber... Ich lass mich nicht irritieren. Von meinen Erziehungsmethoden. Die sind perfekt. Ja, sieht man ja an den Ergebnissen, wie perfekt die sind. Los, mein Affe. Auf geht's. Auf geht's. Damit hätte ich die Seele. Ach so, aufnehmen musste sie. Ich nehme meine Seele in die Hand. So, Seele Nummer 2. Lackerndes Herz. Ja. Wir haben die zweite Seele gefunden. Ja. Oh, was für ein großer Tag. Oh, ja. Was zur Hölle. Was war das? Apokalypse. Erdbeben. Hä? Hm. Was war das? Übrigens habe ich noch die Frage, ob ich hier das gegen die Schildkröte eintauschen will. Die Schildkröte sieht eigentlich ganz cool aus. Aber eigentlich ist mein Affe cooler. Wow. Wieder. Das große Beben. Gehe ich mal zurück zum Tempel. Das kann doch nur... Das kann nur richtig sein. Aha. An dieses Beben kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen Angst. Das war ein normaler... Das war ein normaler Donner. Eine silberne Schriftrolle. Wie lange hast du denn noch dieses tolle flackernde Ding über deinem Kopf, ey? Du hast doch schon eine. Wieso hast du dann die ganze Zeit nicht geflackert? Wie so ein Regenbogen. Gibt es eigentlich nur gute Seelen? Hier so Regenbogenfarben sind doch die Farben des Guten. Die brauchen noch böse Seelen. Die flackern dann nur dunkelrot. Ah, was für ein Quatsch. Meine Kreatur ist durstig. So, sie. Es kam von hier. Oh. Ein Strudel? Ah. Ja, es wird Zeit, Liebeses, eine Lektion zu erteilen. Woher fangten wir noch? Wenn wir durch den Strudel streben, gibt es kein Sicherheit. Wir werden leben oder sterben. Ey, stimmt, Frau. Oh. Soll ich jetzt doch nicht bereiten? Ich meine, wir werden immer in Sterben. Das könnten wir. Mhm. Daher sollten wir nur gut vorbereitet durch den Strudel treten. Außerdem sollten wir ausreichend Lebensmittel, Holz und Gläubige mit auf die Reise nehmen. Schön, da ich überhaupt keine Lagerhäuser besitze und deshalb eigentlich kein Holz, keine Nahrungsmittel und sonst was besitze. Deshalb nehme ich nur Gläubige mit. Ist auch gut. Ist immer gut. Ich werde wahrscheinlich den Rest des Parts hiermit verbringen, wie ich Sachen in den Strudel mal wieder schmeiße, wie immer. Ne, beim letzten Mal habe ich das gar nicht gemacht. Aber man sieht ja, was von dem Dorf, was ich am Anfang hatte, übrig geblieben ist. So ziemlich null. Das war nicht meine Schuld, das war alles die Schuld des Feuerballregens. Und vielleicht meiner fehlenden Kompetenz, was es angeht, zu entscheiden, was er zuerst entsorgt wird. Was bringt es mir, da ich den Storm da weggebracht habe, wenn der Feuerballregen mich vernichtet? Sehr intelligent. Aber ich wusste eigentlich auch nicht... ...einer unserer Feinde versucht unser Dorf zu bekehren. Du musst dich beeilen. Ach was. Wieso ist da ein Wunder? Ich nehme es jedenfalls gerne mit. Sowas nehme ich immer gerne. Da ist noch ein Wunder. Was zur Hölle? Na komm. Wunder des Riesenwuchses. Geil. So, ich habe ja leider keinen Wunderspender mehr. Doch, der ist wieder da. Ne, der hat noch Holzbedarf. Scheiße. Ja, egal. Noch ein paar... ...ääh... ...Gläubige mitnehmen. Das kann nur gut sein. Bäh. Wie lange habe ich eigentlich noch, weiß ich gar nicht. Aber ich werde auch nicht zu viel in den Stuhl schmeißen, sonst wäre es ja überhaupt keine Herausforderung, das letzte Land. Ach ja, ab jetzt wird das Spiel blind, meine Damen und Herren, ich weiß nicht. Deshalb bin ich sehr gespannt auf das letzte Level. Ich hoffe, dass es das letzte Level ist. Ich hoffe, dass es das letzte Level ist. Ich glaube, dass es das letzte Level ist. Deluxe. Ja, noch ein paar Menschen durch den Strudel schmeißen. Ach, wie ist das lustig. Aus allen Teilen der Welt. Oh, da hat mein Äpfel Haufen gemacht. Mitten... Ja, Mann, halt die Fresse. Und zwar mitten ins Dorf rein. Ein paar Köttel. Affenköttel. Und ich kriege sogar Glauben, dadurch, dass ich Scheiße durch euer Dorf schmeiße. Voll der Kack. Oh, Mann. Aber gar kein Problem. Denn jetzt, sage ich, meine Damen und Herren, das reicht. Es reicht damit, Leute durch die Gegend zu schmeißen. Und beim nächsten Part begrüße ich Sie dann ganz herzlich zu dem Showdown in diesem Spiel, glaube ich jedenfalls. Nämlich der Kampf gegen Nemesis. Kata Zamm. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.